Sooo gleich nochmal ein Special hinterher... ...nach ein paar Monaten... ...nein... Diesmal Haus Pies... ...auch genannt Haus Pisse... ...hauch genannt Haus Pisse... ...hauch genannt Hosenscheiße... ...spielst du mit dem Maus Pisse immer? Ne Ne... ...spielst du mit dem Maus Pisse immer? Ne Ne... ...oach machst du so... oder so... ...spiel nur mit dem Maus Pisse... ...sooo... Komplize... ...2M... ...wo bis zum Mal lang? Ich gehe rechts... ...tu... ah... alle Räume... ...deutschen... Sprinten... ...es wohl gleich aus... ...ja... ...wir haben ein bisschen längere Sprinten... ...das mir schon mal aufgefallen... ...nicht wirklich... ...wirklich... ...sieh mich gruselig... ...die Spannung steigt... ...oh schon... ...wo das gleiche... ...diese sind nicht so riesig... ...weiß kann... ...ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha... ...weißes kann... ...war gerade hier im Zettel an der Wand... ...oh ja... ...wann bin ich hier schon ein Zettel... ...schon zwei Zettel... ...was war dein Rekord? ...14, ne? ...ja... ...neine Ahnung fehlt... ...ich hoffe ich hab wenigstens... ...8 oder so... ...8... ...den hast ja alle... ...nein 8... ...also im... ...also 4... ...ach so... ...den ähm... ...diese Stelle... ...oh ich lass mein Hund gerade nicht... ...diese Stelle wo ich gerade war... ...was du noch nie... ...haha... 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 ís insgesamt oder auch... ...o 4 ü. ...4 so...? ...he... ...ich weiß mal... ...schuß Spaß... ...äh ich weiß noch... ...hông... ... Benni mir... ...schsch naja... ...de Acht Laner Okoge... ...ne ich hab aber erst 2... ...also 4... ...ja... ...das bist du be据 Jer ... ...oh ... das habe ich auch nicht... ...s aber proof nochmal... ...das sind die sovieони... ...s aber... ...ist das... ...de Len ist ne Pená's beinah ... ...ne Pená weine... ...ja guck doch... ...Dame... ...ja da war ich schon mal... ...al我不cio ich新... ist fertig sein oder auch ein Zettel wie sieht der aus das ist der Englische Penis okay ich habe mir das heißt ja schon steht uns Ländler wo solche Hörer also es ist ein Zettel gerade aus wo mehr als er gerade hingelegt der war noch nicht da ist und wieder ist Der hat ihn ja in die Lichter. Was? Ja, lauf doch hin. Vielleicht wird es ja. Wo ist denn Heißer hier? Jetzt zieh mal nach rechts gucken. Das ist kein Gut, dass der kommt. 8 von 16. Mach mal ein bisschen Ruhe ab, Alter. Du machst da so eine Hektik. Ich bin hier schon richtig in der Schnelligkeit. Wie schnell ich hier schon bin. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch 2 Zettel finde. 2 geförst du? Dann habe ich 12. Wenn ich 10 von 16 habe, bin ich eigentlich glücklich. Also findest du sozusagen 5 Zettel in dein Schloß. So. Was ist das? Zettel? Nö. Jetzt kann ich keinen Sprint, nicht mehr sprinten. So, diesmal gehe ich links. Das ist... Ruhe. Nichts. Dann gehe ich mal hier lang. Dann gehe ich mal hier lang. Oh, was sind das hier für lange Gänge? Ja, aber die lange Gänge gibt es ja nicht. Hast du keinen Zettel hier? Nee, da war auch keiner. Ah, aber hier ist einer. Da ist doch. Wo ist hier denn? Der Win. Der kannste ja jetzt sterben. Scheiße. Der ist doch in Hause. Alter, ich bin gerade erschrocken. Ich hätte jetzt auch mal die Sagen in bestimmten Wertsfolge. Hey, bitte. Ja, jetzt kannst du sterben. Und der BÄM und der kommt doch. Mann, da habe ich mich gerade erschrocken, ey. Diesmal gehe ich direkt nochmal links. Ich glaube, da habe ich noch was übersehen. So, hier. Die riecht hier lang. So, und jetzt. Hier ist der Ausgang, glaube ich. So. Alter, ich ging gerade in der Wand. Gerade aus. Hier lang. Und jetzt. Hier lang. Nein, die Penna-Tonne. Scheiße, mit deiner Penna-Tonne. Ey, fuck, hier war ich schon. Ich muss wieder zurück. Du musst hier, du kannst ja eine Runde drehen. Nee, ich habe keine Lust noch eine Runde zu drehen. Wie? Hier war ich noch nicht. Direkt mal hier rein. Die gewichste Tonne. Hallo, was ist das? Zum Glück gibt sie keine Taschenlampe. Ey, ich glaube ich schaff's nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich sterbe. Soll ich mich mal umdrehen? Ach, doch. Hm, da ist das hier. Ah, da ist noch. Oh, scheiße. Schau. Nö, aber auch Zettel. Hier, ich wusste, ob das dann Zettel ist. Ja, so da ist ordentlich nicht. Ich höre es dann doch irgendwie. Der läuft hinter mir lang. Das Zettel. Ich habe den nach Ende doch den Kopf. Ach, 14 von 16. Ach, hoffentlich leider. Nein, noch kurz. Ja, aber das hat's länger überlegt. Tschüss. Tschüss.